Dieser LKW hier links im Bild wird gleich haarscharf einem Unfall entgehen. Mit einem besonders eleganten Schlenker umfährt er den plötzlich anhaltenden dunkelblauen Van vor ihm. Dieses Ausweichmanöver ist so exakt getimt, dass einem kurz der Atem stockt und man denkt, man sei in einem Film. Wo genau das passiert ist, wissen wir leider nicht, aber der LKW-Fahrer hat definitiv einen Oscar für das beste Ausweichmanöver verdient. Untertitelung des ZDF für funk, 2017